Dann holen wir mal wieder das Nagefratzen. Mhm. Äh. Was? Sie haben aber auch nicht auf Blut. Was haben wir noch rausgeschmissen? Das ist auch merkwürdig. Oh. Ähm. Sieht so aus. Die Haken sind herumgewachsen. Die... Die Ruinen. Die haben wir danach... Die haben wir jetzt natürlich nicht aufschlagen können. Tja. Ich glaube, die Kuppeln uns dann noch einlassen. Okay. Okay. Muss aber die auch noch abschlachten. Ah. Gift. Das macht Sinn. Ne, dann ziehen wir mal weiter. Hätte gedacht, dass wir hier noch mehr... Abmongsten. Schön für die. Die müssen nicht von uns abgemongst werden. Dann gehen wir mal hier lang. Und dann machen wir uns... ...in die Richtung auf. Ob die hinteren Dinge auch noch gehen. Oder ob die zugebracht sind. Ich würde jetzt... Ich würde jetzt erst mal eins... ...koppeln in der Lage aufbrechen. Erst mal nehmen wir das noch mit. Hier sind wir gleich mit einem... ...treffen. Desperation... ...dann... ...zimmern... ...zimmern... ...denn... ...zimmern... 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 ...Nitplus hat eine Schmerzweißle... ...wieso waren sie hier? Sie hat noch keine Schussfunk, wenn sie mal anziehen. Das ist noch das 15. Stellgrittungswürfe, Hemmlichkeitswürfe. Ja, da passt ihr da noch schon besser. Ja. Joa. Eine Rache für nun mal nichts. Eine Spreizung. Spinn, naja. Spinn, naja. Eine schweizende, golde Knochen, die von ihren Mund riecht. Die Klingenswürfe. Bisher haben unsere Klingenswürfe halbwegs geklappt. Jetzt haben wir nicht mehr. Jetzt hat es geklappt. Die Klingenswürfe klettern die Klingenswürfe. Sie haben keine Angst. Ein Spinn, das ist in der Mitte. Mit ihren umgehen, sanft mit den Spinnen sprechen. Die Hoffnung sie zu beruhigen. Fingerfertigkeit schnell. Schnell mit der Hand die Beute greifen. Sehr gut, klar. Handschuhe der Macht. Helfen wir auch nicht weiter. Jetzt mal. Fünf für fünf. Nice. 120. Ein Beutel. Ein Spinn, der Herrsack. Ein Spinn, der Herrsack. Schwierig. Geht doch ein Trank. Der ist ja doch eigentlich jetzt ein... Oder kommt der später hier. Ja. Vielleicht erwartet, dass jetzt hier... ein gewisser Teufel auftaucht. Dann halt nicht. Ich würde auch nichts mehr mit uns zu tun haben. Ich würde auch nichts mehr mit uns zu tun haben. Verständlich. Ich würde mit mir nichts zu tun haben wollen. Also mit dem auch so. mit dem auch... mit dem auch... sich anzudehnen. Das wäre echt nicht so die beste Idee. Konische Flasche. Nicht Konische Flasche. Freie Resistenz. So. Die Flasche. Hat sich da auch nicht geändert. Schlammiges Rote. Das können wir doch das hier. Schlammiges Rote. Das können wir doch das hier. Mal schon wieder Rüstung aussieht. Mal schon wieder Rüstung aussieht. Wir werden sie bald ändern. Ich wollte mal was neues kriegen. Ja. Nicht für den Charakter. Na ja. Ich weiß nicht. Das ruht schon das beste. Dann machen wir das. Dann gehe ich hier nochmal rote Kleid umtragen. Versteht ihn absolut gar nicht. Kittenhemd. Achso. Ist auch nur beliebt. Schlammiges Rote vielleicht. Das war ein bisschen anders. Ja. Das passt zum Helm. Das ist ein bisschen drücker. Bis dahin könnte man die Rote durchziehen. Ja. Hübschübsch. Was zu tun? Was zu tun? Was zu tun? Was bedeutet das hier? Ja, als geblutetes Witz, aber... Ich habe nicht gleich zuerst reden Aber hier haben wir NPCs Ich glaube nicht, er ist wunderschön Kannst du uns hören? Du, nicht einen Schritt näher Ein wunderschönes Symbol, die auf ihrer Fülle Und etwas in dir stöhnt, in response Ich gebe, wenn ich will Ja Es ist aber nicht schwer mit nur zwei Frucht geben wir nicht Ich bin sehr, sehr entschuldig Es ist unser Bruder, TrueSoul Edwin Er ist verletzt und ich... Ich habe nicht gedacht Ungefähr Es ist ein Schmerz Es riecht, tief in dir Mitglied und alert Es nimmt etwas, das du nie wieder zurückkommst Der gebetet, der Mann lockt Augen mit dir Der Parasite schreit in deinem Kopf Deine Knappen nicht bewegen Deine Minds sind verbunden Sie sehen, ihre Zähne, Andrik und Brynner, neue Rekruten, deinem für Shepard. Sie schützen sie. Meine, die Wahrheit. Sie wird... Sie... Sie... Edwin! Ed! Bitte! Er ist mit dem Absoluten, jetzt. Eine wahre Seele. Ich danke dem Absoluten. Edwin! Unser Bruder. Er wurde entschieden. Wie Sie. Haben Sie Orte für uns? Wir waren zu Edwin. Wie ört euch? Ich bin keine wahre Seele. Wahre Seele. Erklärt mir diese Absolute. Warum seid ihr hier draußen? Ist es gefährlich? Was ist eurem Bruder denn genau gut zugestoßen? Wir wissen das alles zu gut, Mann. Aber... ... die Absolute hat uns hier gebracht. Wir schauen nach Fugitive. Überlebende von diesem Schiff, das weiter nach links von hier. Ein Ölbeer. Ich hatte ihn auf dem Boden, bevor wir die Chance hatten, zu reagieren. Wir haben es geschafft, ihn wegzunehmen, aber... ... die Schäden haben bereits ihre Arbeit gemacht. Ich habe mir zu Edwin nicht in dieser Schiff geschaut. Es war sehr lecker mit Ölbeer-Tracken. Ihr müsst die Bestie finden und eurem Bruder rächen. Was? Es hat einen von uns verletzt. Es hat Edwin verletzt. Es ist ein Feind des Absolutes. Du bist richtig, Madame. Die Schäden muss verletzt werden. Die Zahn ist vorhin. Es war zu viel für uns vorhin, aber... ... aber wenn du uns so helfen könntest, ... dann können wir eine Chance haben. Und das ist nicht so helfen. Hier haben wir eine Chance haben. Sie haben von Absolut. Das gleiche als das Goblin, Zazza. Die Schöne von Schiff. Eine Wichtigung, die Schwung im Läuten. Sie kohlen zu dir. Most der Schiff fühlen wie Toys vor dir. Sie werden mit den Runden gespielt und sich verletzt, ... wenn du dich versuchst. Okay. Gebt ihm vor lange nach mit der Larve zu kommunizieren, ermutere sie dazu auszubrechen Lass dich von den Neugeleiten befreit laufe, dann versuche dich zu beeinflussen und widerstehung Tja Es wird nur lupen Das Essen dabei Alles wollen nicht mehr reden Eben gab es Gesprächsoptionen Ich bin nicht bereit Ich hoffe, wir können den Taramo noch mitnehmen Ich hätte sie jetzt gerne im Team bei diesem Durchlauf Ja Es wird nur noch ein paar Parts dauern Ja Wir müssen eure Beermutter töten Ich bin eigentlich mit Tutenreden 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 Bin eigentlich mit Tutenreden Ich bin einfach mit Tutenrede Ich bin eigentlich mit Tutenreden Wenn er echt schaut Entschlötchen Wut Wir nehmen S plummet Wie betont Wir brauchen ein Wie Ich bin Fury, ich bin Death. Death is but a word away. Death is but a word away from you to his dead mother. A single strike will end his suffering. Oh, you shit. I had to live for him. He will kill him later. If he's dead. You watch speechless as the cub begins to eat his mother. Oh, this is. That would just prolong its misery. It's dead. We couldn't have done it without you. Thank you. I wish Edwin were here. He would have been honored to fight alongside... What would you have of us now, madam? He finds the next festival and starts there a report. He gives you a duty in this region, whatever it would be. Edwin told us there was a camp of faithful goblins nearby. Ah, very good. We'll find safe harbor there. He'd want us among friends. Absolute protect you. Maybe we can talk about the people. Maybe we can talk about the people. Maybe we can have a good word for us. The head of the broken spear. We can take care of the soldiers. We'll let that in and let that in and go. And again here... Not a shrine for the Geez. Ah, this thing won't yield its contents easily. Das ist ein Wuchtverwundbarkeit. Das ist ein Wuchtverwundbarkeit. Das ist ein Wuchtverwundbarkeit. Ich habe nicht eine gratis zu geben. Ist ein Wuchtverwundbarkeit? Doch, ich we300. Doch das ist alles in einem Wuchtverwundbarkeit. Für mich kein Wuchtverwundbarkeit. Aber das ist eine Wuchtverwundbarkeit. Jetzt würden wir es mal lassen Da haben wir den gefunden Wir müssen nicht alle mit Schule kommen, da gibt es außer für nichts Aus diesem Buch hier Hier ist wohl umgezeichnet zu Ich bin mal raus hier Okay, jetzt starten wir zum Geben. Siegerstiefel. Ich bin gespannt, ob wir Mentare jetzt noch ins Team nehmen können, ich fürchte fast nicht. Hübsche Büsche hier. Hier ist ein sehr krass, wie es ausschaut, ein Vogelnest, der Mering, eine Elster wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie es ausschaut. 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 Ich bin gespannt, wie es ausschaut, wie es ausschaut. Ich bin gespannt, 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 wie es ausschaut. Ich finde, ich finde das bericht. Aha. Ich kenne ihn. Mit ihr wollte ich nicht reden. Oh, Schlusszeuger haben wir dabei. Schöner Loot hier, ein Komplendemäde, den Bogen nimmt ja auch mal mit, wir sind nicht ein Komplendemäde daran interessiert. Eine Komplendemäde zu kaufen. Tote Tiefling. Hätte die Komplendemäde im Vorsatz haben. Kallach war natürlich auch hier irgendwo in der Nähe. Ist natürlich nicht mehr auf die Karte. Ist vielleicht schon getötet oder, weil wir noch nichts von ihr erfahren haben. Und gehen wir mal dahin, wo es sein sollte. Wir haben irgendwo einen Stein hier. Einen Wegstein. Wie das so geht gerade. In Silenz? Das könnte funktionieren. Eine Felsspelze. Oha. Ich bin da reingeschlüpft. Oha. Oha. Einen Bärnest. Eine Abkürzung ins Ohlenbärnest. Wie es mir scheint. Einen Eingang. Ein Versteck. Oh, Kratzer. Die Hand aufstricken, um ihn zu streicheln, an ihm vorbeigehen und die Leiche lernen und verscheuchen. Einschüchternd Kröhe und umknien, was dem Exploers ist. Oh Gott, es wird fürchterlich. Die Hand aufstricken, um ihn zu schücheln, um ihn zu schücheln, um ihn zu schücheln. Die Hand aufstricken, um ihn zu schücheln, um ihn zu schücheln, um ihn zu schücheln. Die Hand aufstricken, um ihn zu schücheln, um ihn zu schücheln, um ihn zu schücheln, um ihn zu schücheln. Sehr schön. Und weiter geht's. Und gut, hier war noch ein paar noch. Wo war das weiter hinten? Da war so ein Haus. Dann den Haus. Was haben wir da auf der anderen Seite? 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 Ich glaube, da haben wir es nur hin. Das sieht genau richtig aus. Okay, hier haben wir Katze aufgegabelt. Jetzt können wir hier schon rüber. Können die anderen bitte mal folgen. Was haben wir da auf der anderen Seite? Ich mache das mal. Ich mache das mal nicht. Hier kommen wir durchs Wasser. Und jetzt müssten wir irgendwo weiterkommen. Der Uferseite. Und jetzt kommt der Platz. Und jetzt kommt der Platz. Verstrickt. Können die anderen nachkommen? Das ist aber auch der falsche Weg. Geht's zum Schrein hinter, oder? Guck mal, wegen die Krankenkrank. Da muss man das noch hin. Zum Nachrichten. Von dieser Seite. Da bin ich noch nicht. Da muss man hin. okay Und der Seed kommt doch nicht nach. Und der Seed kommt nach. So, wenn wir das mal benutzen, müssen wir erst mal durch das Zerstörungsgebot Und der Seed kommt. 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 Wir greifen uns jetzt alle hier am Dorf an. Ähm. Ich schrieme ein bisschen. Ich schiebe ihn. Regen entdeckt. Oh, ein Helm. Helm, der hast du. Was ist das für dich, eh? Du musst diese Nase nehmen. Die Marken schlägt. Aber du fühlst nichts in der Antwort. Dein lippiger Kraft ist außerhalb der Höhe. Bis du restest. Schrift ohne Person bezaubern. Ah, geh mal. Ich bin nicht voll mit meinem Bladen mit dir. Aber minde deine Worte. Ah, was ist jetzt passiert? Senkricht startet zum Kampfbeginn, erhält Trigger drei Züge lang Wucht. Nicht schlecht. Ah, hier gibt es einen Turnkiller. Dann müssen wir wohl das Moruto. Hier nicht zu lange looten. Ente mitzweggs. Die Gaps sind in der Hemingang. Das ist ein Heidel. Das ist ein Heidel. Ich verspreche uns. Eherbrecher. Überrascht. Ich habe einen Gegner auf dem Weg zu schreien. Mehrere Gegner. Das sollte aber noch kein Problem sein. Ein aktuelles Soundpack. Noch mal Finder. Gain. Gute. 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 Ja, fantastisch. Ich kann mich mal in die Richtung zurückziehen. Das ist schon ein Zerkehren. Da ist schon mal ein cooles Zeruberschöpfung. Schönes Schultz. Hier kannst du den Tod schicken. Bein den Tod geschickt. Sehr schön. Da war es noch einer. Sehr schön. Und dann kurz die Reste. Können wir mal... Ich kann ihn hier geben. Das ist für Schöne, das ist für Kappenröder. I do not know this name. If you are known to my master, step forward and declare yourself an ally. Only at what thank you of the Zolkir known as Zastan. A poor choice. Not good. Where was the book? I have a book with answers. Zoom the target field. Go ahead. I'm listening. Not you. It's packed too tight. I'll need a shovel. Don't fancy getting my hands dirty. I... I don't think we have a shovel. I don't think we have any. Ready and Willy. At least things have stayed interesting. One day I'll catch a break. You are... If you are his ally, step forward. Only what think... You remember stories of Zastan? A powerful lich in Thay, who made deals with dark gods. You are no, Zolt Helmy. Why might one use awesome ointment? A poor choice. Verdammt! I'm dead. What in hell? Get back! I'm gone here. You, if you are his ally, step only what think you of the Zolki known as Zastan? A poor choice. Lich in Thay, who made deals with dark gods. You, if you are his ally, step forward. Only what think you remember stories of Zastan? A powerful lich in Thay, who made deals with dark gods. A poor choice. A poor choice. Vastan! Vastan! You, if you are his ally, step forward. Only what think you of the Zolki known as you untamed him? Vastan! 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 V das annaf! Vastan! 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 Cuvack! Thilla! Amifan! Vastan! Geschichte Die sehen dich nie, ich würde nach einem Zauber suchen, der mich von diesem Wurm befreit und meine Feinde leiden sehen Sie sind, wenn Sie seine Mitglieder sind, nur was Sie denken, der Zauber? Nein, Sie sagen mir nicht, warum nicht jemand entfernt? Das war die... Jetzt habe ich dich schon wieder vergessen Stunden später Eine Geschichte Und rein nur was Ah, bitte Ok, wofür das jetzt? Schuft oder Feder fallen Ich glaube, es ist immer etwas Gutes drin Hier gab es irgendwas Ein Hebel Und da geht es hier nach oben Kristallkugel Hm, am Scheinchen der Verteidigung Aber nicht schlecht Nein Nein Was ist hier? Was ist hier? Ach so, da sind wir reingekommen Was ist hier? Und das ist noch heaven Dasselige Es schlafen nocht Er hat ein Pfff, ich will mal mit den Mitgliedern sprechen. Eine Fackel. War hier nicht das Verzauberte Buch? Hier gibt es noch was. Ist noch von Entschärfen. Sehr gut. Das ist hier für ein Punker. Was dauernd kriege ich das mal? Just as I expected. Natürlich. Ha! Um. Oh, das war. We didn't think we can move. The book is locked tight with no visible keyhole. Only an oval recess in the cover's mouth. You try to observe the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You feel the darkness radiating from the book. It's delicious. A cursed book. How obvious. Whoever opens it deserves the fate that before them. I hope you can take it. The book is already destroyed. I hope you can take it. To Rendern würden wir es nicht. Ach du Scheiße. Raus hier. Na, fantastisch. Wo haben wir den Stein gefunden? Ich gehe hier nochmal um. Ich gehe hier in der Kabel. Wir wissen nichts. Wir haben noch ein großer Stein dazu. Das Licht war der drüben. Tja, wird es vielleicht noch drüben. Ein bisschen Holz drüben. Ein paar Tränke. Nehm ich mit. Ich muss mich mal laden. Mit dem Camper. Oh je. Okay, er hat schon einen Helm. Sehr schön. Hier sind nur Flaschen. Noch eine Heilung. Tja. Vielleicht kommen wir später wieder. Es wird aber Zeit, den Part jetzt schon zu beenden. Ich schau mich hier noch ein bisschen um. Ich muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Ich muss dazu nur die Gaitung. Das ist ein bisschen weniger. Die du liegen... Noch ein bisschen Schadung. Ja Ja Na dann. So ist das erstmal gewesen sein für den heutigen Port. Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Port. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020